Das erste geistige Gesetz des Erfolgs ist das Gesetz des reinen Potenzials. Dieses Gesetz beruht auf der Tatsache, dass wir in unserem essentiellen, grundsätzlichen Zustand reines Bewusstsein sind. Reines Bewusstsein ist reines Potenzial. Es ist das Feld aller Möglichkeiten und der unendlichen Kreativität. Reines Bewusstsein ist unsere spirituelle Essenz. Unendlichkeit und Unbegrenztheit sind gleichzeitig reine Freude. Andere Aspekte des Bewusstseins sind reines Wissen, unendliche Ruhe, perfektes Gleichgewicht, Unbesiegbarkeit, Schlichtheit und Glückseligkeit. Das ist unser grundsätzliches Wesen. Reines Potenzial ist unser grundsätzliches Wesen. Wenn man sein eigentliches Wesen entdeckt und weiß, wer man wirklich ist, erlangt man durch dieses Selbstwissen die Fähigkeit, sich jeden seiner Träume zu erfüllen. Denn man ist ewige Möglichkeit, unermessliches Potenzial von allem, was war, ist und sein wird. Das Gesetz des reinen Potenzials könnte auch Gesetz der Einheit genannt werden. Denn hinter der unendlichen Vielfalt des Lebens liegt die Einheit eines allen durchdringenden Geistes. Es besteht keine Trennung zwischen der Person und diesem Energiefeld. Das Feld des reinen Potenzials ist das eigene Selbst. Und je stärker man sein wahres Wesen erfährt, umso mehr nähert man sich diesem Feld des reinen Potenzials. Die Erfahrung vom Selbst oder Selbstbezug bedeutet, dass unser innerer Bezugspunkt nicht die Objekte unserer Erfahrung sind, sondern unsere eigene Seele ist. Das Gegenteil von Selbstbezug ist Objektbezug. Bei Objektbezug werden wir stets durch Objekte außerhalb des Selbst beeinflusst. Dazu gehören Situationen, Umstände, Menschen und Dinge. Bei Objektbezug suchen wir ständig die Anerkennung anderer. Unser Denken und unser Verhalten richten sich stets auf die Erwartungen einer Reaktion aus. Daher beruhen sie auf Angst. Bei Objektbezug spüren wir zudem ein starkes Bedürfnis, die Umwelt zu kontrollieren und somit nach äußerer Macht. Die Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Kontrolle und nach äußerer Macht beruhen auf Angst. Diese Art von Macht ist nicht die gleiche wie die Macht des reinen Potenzials, die Macht des Selbst, die wahre Macht. Wenn wir die Macht des Selbst erleben, herrscht keine Angst. Es besteht kein Zwang zur Kontrolle. Und man kämpft nicht um Anerkennung oder äußere Macht. Bei Objektbezug ist der innere Bezugspunkt das Ego. Das Ego ist jedoch nicht das, was man wirklich ist. Dieses Ego ist ein Selbstbild, eine gesellschaftliche Maske, die Rolle, die man sich zugelegt hat. Das Ego will Kontrolle. Es wird durch Macht gestützt, denn es lebt in Angst. Das wahre Selbst, die Seele, der Geist, ist von solchen Dingen vollständig frei. Es ist immun gegenüber Kritik, hat keine Angst vor Herausforderungen und fühlt sich niemandem unterlegen. Aber trotzdem ist es demütig und fühlt sich niemandem überlegen, denn es erkennt, dass alle das gleiche Selbst darstellen, den gleichen Geist, nur in verschiedenen Ausprägungen. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen Objektbezug und Selbstbezug. Bei Selbstbezug erlebt man sein wahres Wesen, das keine Angst vor Herausforderungen hat, gegenüber allen Menschen Respekt hegt und sich niemandem unterlegen fühlt. Selbstmacht ist daher die wahre Macht. Macht jedoch, die auf Objektbezug beruht, ist falsche Macht. Da sie auf dem Ego beruht, dauert sie jeweils nur so lange, wie das Bezugsobjekt gegenwärtig ist. Wenn man einen bestimmten Titel führt, sei es Präsident eines Landes oder Vorstandsvorsitzender einer großen Firma, oder wenn man viel Geld besitzt, fällt die Macht, die man genießt, mit diesem Titel, der Arbeitsstelle, dem Geld zusammen. Sobald diese verschwunden sind, ist auch die Macht fort. Selbstmacht hingegen ist von Dauer, denn sie beruht auf dem Wissen um das Selbst. Selbstmacht hat bestimmte Eigenschaften. Sie zieht andere Menschen an, aber auch Dinge, die man sich wünscht. Sie magnetisiert Menschen, Situationen und Umstände, die Wünsche erfüllen. Man nennt dies auch die Unterstützung durch die Naturgesetze, die Hilfe einer Göttlichkeit, die Unterstützung, die man im Zustand der Gnade genießt. Diese Macht ist von der Art, dass man sich über die Bindungen anderer Menschen freut und andere Menschen die Bindung zu einem suchen. Es ist die Macht der Bindung, eine Bindung, die wahrer Liebe entstammt. Wie nun können wir das Gesetz des reinen Potenzials, das Feld aller Möglichkeiten, auf unser Leben anwenden? Wenn man die Vorteile des Feldes des reinen Potenzials genießen möchte, wenn man die Kreativität, die im reinen Bewusstsein liegt, voll nutzen will, muss man Zugang dazu gewinnen. Eine Möglichkeit, Zugang zu diesem Feld zu gewinnen, stellt entweder die tägliche Praxis des Schweigens dar, aber auch Meditation und Vorurteilslosigkeit. Beim Aufenthalt in der Natur gewinnt man ebenfalls Zugang zu den Eigenschaften des reinen Potenzials, unendliche Kreativität, Freiheit und Glückseligkeit. Schweigen bedeutet, sich zu verpflichten, sich täglich eine bestimmte Zeitspanne zu gönnen, um einfach nur zu sein. Die Stille erleben bedeutet, sich vorübergehend von der Aktivität des Redens zurückzuziehen. Es bedeutet auch den vorübergehenden Rückzug von Aktivitäten wie Fernsehen, Radiohören oder Lesen. Wenn man sich nie die Gelegenheit gönnt, Schweigen zu erleben, herrscht Aufruhr im inneren Dialog. Man sollte sich hin und wieder die Zeit nehmen, um die Stille zu erfahren. Man kann sich auch einfach verpflichten, jeden Tag eine gewisse Zeit Schweigen zu bewahren. Was geschieht nun bei dieser Stille-Erfahrung? Anfangs wird der innere Dialog noch turbulenter. Man spürt den intensiven Drang, etwas zu sagen. Ich kenne Menschen, die am ersten Tag fast verrückt werden, wenn sie sich auf eine ausgedehntere Schweigephase eingelassen haben. Sie überkommt ein Gefühl von Dringlichkeit und Angst. Aber wenn sie bei ihrer Verpflichtung bleiben, beruhigt sich der innere Dialog allmählich und bald wird die Stille sehr profund. Denn nach einer Weile gibt er Verstand auf. Er erkennt, dass es keinen Sinn hat, sich weiter im Kreis zu drehen, wenn das Du, das Selbst, der Geist, der Entscheidungsträger nicht sprechen will. Punkt um! Und wenn sich der innere Dialog beruhigt, erlebt man die Stille des Feldes des reinen Potenzials. Die regelmäßige Ausübung von Schweigen, gerade wie es einem Recht ist, stellt einen Weg dar, das Gesetz des reinen Potenzials zu erleben. Ein anderer Weg ist, jeden Tag Meditation zu betreiben. Idealerweise sollte man morgens und abends je 30 Minuten meditieren. Durch die Meditation lernt man, das Feld des reinen Schweigens und des reinen Bewusstseins zu erfahren. Beim fünften geistigen Gesetz, dem Gesetz von Absicht und Wunsch, erkennt man, wie man in dieses Feld einen leisen Impuls von Absicht einführen kann. Dann erfolgt der Ausdruck von Wünschen ganz spontan. Aber zuerst muss man Stille erfahren. Stille ist die erste Grundvoraussetzung für die Manifestation von Wünschen. Denn in der Stille liegt die Verbindung zum Feld des reinen Potenzials, das eine unendliche Zahl von Einzelheiten aufeinander abstimmen kann. Man stellt sich vor, wie man einen kleinen Stein in einen stillen Teich wirft und zusieht, wie das Wasser sich kräuselt. Nach einer Weile, wenn die Wellen sich wieder beruhigt haben, wirft man vielleicht einen weiteren kleinen Stein hinterher. Genau das Gleiche tut man, wenn man sich in das Feld des reinen Schweigens begibt und eine Absicht einführt. In dieser Stille schlägt selbst die schwächste Absicht Wellen auf dem darunterliegenden Boden des universalen Bewusstseins, das alles mit allem verbindet. Aber wenn man keine Stille im Bewusstsein erlebt, wenn der Geist wie ein aufgewühlter Ozean ist, könnte man das Empire State Building hineinwerfen, ohne das Geringste zu bemerken. In der Bibel gibt es die Zeilen, sei still und wisse, dass ich Gott bin. Dies kann nur durch Meditation herbeigeführt werden. Ein weiterer Weg zum Feld des reinen Potenzials besteht in der Praxis der Vorurteilslosigkeit. Urteilen bedeutet die beständige Einschätzung aller Dinge als entweder gut oder schlecht, richtig oder falsch. Wenn man beständig einschätzt, urteilt, klassifiziert, etikettiert oder analysiert, erzeugt man im internen Dialog eine Menge Unruhe. Diese Unruhe schränkt den Energiefluss zwischen einem Selbst und dem Feld und dem Feld des reinen Potenzials ein. Man schließt praktisch die Lücke zwischen den einzelnen Gedanken. Diese Lücke aber ist die Verbindungsstelle zum Feld des reinen Potenzials. Sie ist ein Zustand des reinen Bewusstseins, stiller Raum zwischen Gedanken, eine innere Stille, die einen mit der wahren Macht verbindet. Und wenn diese Lücke enger wird, schränkt man die Verbindung zum Feld des reinen Potenzials und unendlicher Kreativität ein. Durch Schweigen, Meditation und Vorurteilslosigkeit gewinnt man Zugang zum ersten Gesetz, dem Gesetz des reinen Potenzials. Wenn man damit angefangen hat, kann man noch eine vierte Komponente hinzufügen. Diese bedeutet, sich regelmäßig in direkten Kontakt mit der Natur zu begeben. Dieser Aufenthalt in der Natur ermöglicht einem, die harmonische Interaktion aller Elemente und Lebenskräfte zu spüren. Ob es sich um einen Fluss handelt, einen Wald, einen Berg, einen See, das Meer oder die Wüste, die Verbindung mit der menschlichen Intelligenz hilft einem ebenfalls, Zugang zum Feld des reinen Potenzials zu gewinnen. Man muss auch lernen, mit der innersten Essenz seines Wesens in Kontakt zu treten. Dieser wahre Kern liegt jenseits des Egos. Er ist furchtlos, er ist frei, er ist gegenüber Kritik immun, er hat keine Angst vor Herausforderungen. Er ist niemandem unterlegen noch überlegen und voller Zauber, Mysterium und Magie. Zugang zum wahren Wesen verleiht einem zudem Einsicht in den Spiegel der Beziehung, denn alle Beziehungen sind Abbilder der Beziehung zum Selbst. Wenn man zum Beispiel Schuld, Angst und Unsicherheit empfindet, hinsichtlich Geld, Erfolg oder etwas anderem, sind dies die Abbilder von Schuld, Angst und Unsicherheit als Grundaspekte der Persönlichkeit. Kein Geld oder Erfolg der Welt können diese Grundprobleme des Seins lösen. Nur die intime Nähe zum Selbst führt wahre Heilung herbei. Und wenn man im Wissen vom wahren Selbst verwurzelt ist, wenn man wirklich und wahrhaftig sein wahres Wesen versteht, dann fühlt man sich nie mehr schuldig, ängstlich oder unsicher hinsichtlich Geld, Wohlstand und der Erfüllung von Wünschen, denn man wird erkennen, dass die Essenz allen materiellen Reichtums Lebensenergie ist, reines Potenzial. und reines Potenzial ist identisch mit unserem eigentlichen Wesen. Die Fülle des Universums, seine üppige zur Schaustellung und Vielfalt, sind ein Ausdruck des kreativen Geistes in der Natur. Je stärker man auf den Geist der Natur eingestimmt ist, umso besseren Zugang gewinnt man zu ihrer unendlichen, grenzenlosen Kreativität. Aber zunächst muss man über die Unruhe des inneren Dialogs hinausgehen und sich auf jenen reichen, üppigen, unendlichen, kreativen Geist einstimmen. Dann schafft man die Möglichkeit dynamischer Aktivität, während man zugleich die Stille des ewigen, unbegrenzten kreativen Geistes in sich trägt. Diese kostbare Kombination des stillen, grenzenlosen, unendlichen Geistes mit dem dynamischen, gebundenen, individuellen Geist ist das perfekte Gleichgewicht aus Stille und Bewegung, das alles erschafft, was man will. Diese Koexistenz aus Gegensätzen, Stille und Dynamik macht einen unabhängig von Situationen, Umständen, Menschen und Dingen. Ich bringe das Gesetz des reinen Potenzials zur Anwendung, indem ich mir vornehme, die folgenden Schritte zu unternehmen. Ich trete in Kontakt mit dem Feld des reinen Potenzials, in dem ich mir jeden Tag die Zeit nehme, zu schweigen und einfach nur zu sein. Ich werde mindestens zweimal täglich allein in stille Meditation versinken, 30 Minuten am Morgen und 30 Minuten am Abend. Ich werde mir jeden Tag die Zeit nehmen, mich auf die Natur einzustimmen und in aller Ruhe die Intelligenz in allem Lebendigen zu bezeugen. Ich werde still einen Sonnenuntergang betrachten, dem Meer oder einem Fluss lauschen oder einfach an einer Blume riechen. In der Ekstase meiner eigenen Stille und durch die Einstimmung in die Natur genieße ich den Lebensimpuls der Ewigkeit, das Feld des reinen Potenzials und grenzenloser Kreativität. Ich werde mich in Vorurteilslosigkeit üben. Ich werde meinen Tag mit der Aussage beginnen, heute werde ich nichts beurteilen, was mir zustößt und mir dies den ganzen Tag über ins Gedächtnis rufen. Das zweite geistige Gesetz des Erfolgs ist das Gesetz des Gebens. Man könnte es auch das Gesetz von Geben und Annehmen nennen, denn das Universum lebt von diesem dynamischen Austausch. Nichts ist statisch. Der Körper befindet sich in einem dynamischen, ständigen Austausch mit dem Körper des Universums. Der Geist interagiert dynamisch mit dem Geist des Kosmos. Ihre Energie ist ein Ausdruck kosmischer Energie. Der Strom des Lebens ist nichts anderes als die harmonische Interaktion aller Elemente und Kräfte, die das Feld der Existenz strukturieren. Diese harmonische Interaktion aller Elemente und Kräfte in einem Leben drückt sich als Gesetz des Gebens aus. Wohlstand ist stets ein fließender Prozess. Dieses Fließen drückt sich auch in dem Wort Überfluss aus, bei dem alles Gute in reichhaltiger Fülle strömt. Geld ist eigentlich ein Symbol der Lebensenergie, die wir austauschen und nutzen, weil wir dem Universum Dienste erweisen. Ein englischer Ausdruck für Geld ist Currency, vom Lateinischen curere abstammend. Wiederum bedeutet es nichts weiter als fließen. Wenn wir da den Kreislauf von Geld unterbrechen, wenn unsere einzige Absicht darin besteht, unser Geld festzuhalten und zu horten, wird es, da es ja Lebensenergie ist, aufhören, weiter durch unser Leben zu strömen. Damit uns diese Energie zufließt, müssen wir den Kreislauf aufrechterhalten. Geld muss wie ein Fluss immer fließen, denn sonst stagniert es, verklumpt und erstickt an der eigenen Lebenskraft. Nur der Kreislauf erhält diesen Fluss lebendig und kräftig. Je mehr man gibt, umso mehr wird man empfangen, denn man hält den Überfluss des Universums damit aufrecht. Alles, was im Leben einen Wert hat, vervielfacht sich, wenn man es gibt. Was sich durch Geben nicht vervielfacht, ist weder die Gabe wert, noch das Empfangen. Wenn man beim Akt des Gebens das Gefühl hat, etwas zu verlieren, ist es nicht wahrhaft geschenkt und wird nicht wachsen. Wenn man grollend gibt, steckt keine Energie in dem Geschenk. Am wichtigsten ist daher die Absicht, die hinter Geben und Annehmen steckt. Die Absicht sollte sein, dass man für den Gebenden und Nehmenden Glück erzeugt, denn Glück ist lebensstützend und lebenserhaltend und vermehrt sich. Der Gegenwert steht in proportionalem Verhältnis zum Geben, solange es bedingungslos geschieht und von Herzen kommt. Daher sollte der Akt des Schenkens ein freudiger sein. Man sollte so eingestimmt sein, dass man sich über den bloßen Akt des Gebens freut. Dann vermehrt sich die Energie hinter der Gabe viele Male. Die Anwendung des Gesetzes des Gebens ist eigentlich sehr einfach. Wenn man Freude wünscht, gibt man anderen Freude. Wenn man Liebe will, sollte man lernen, Liebe zu geben. Wenn man Aufmerksamkeit und Zuwendung möchte, sollte man Aufmerksamkeit und Zuwendung geben. Wenn man materiellen Wohlstand will, so hilft man anderen, materiell wohlhabend zu werden. Der leichteste Weg, das zu erreichen, was man will, besteht darin, anderen zu helfen, das zu bekommen, was sie wollen. Dieses Prinzip funktioniert für Individuen, Firmen, Gesellschaften und Nationen gleichermaßen. Wenn man mit allen guten Dingen des Lebens gesegnet sein will, sollte man lernen, alle anderen Menschen mit den guten Dingen des Lebens zu segnen. Wenn man lernt, das zu geben, was man sucht, aktiviert und gestaltet man den Tanz in präzisen, energischen, lebenskräftigen Bewegungen, die den ewigen Puls des Lebens darstellen. Der beste Weg, das Gesetz des Gebens praktisch umzusetzen, den Prozess des Kreislaufs in Gang zu bringen, besteht darin, dass man jedes Mal, wenn man Kontakt mit einem anderen Menschen hat, die Entscheidung trifft, ihm etwas zu geben. Dies braucht keine materielle Gestalt anzunehmen, sondern könnte eine Blume sein, ein Kompliment oder ein Gebet. Am stärksten wirkt ohnehin das Geben von nicht materiellen Dingen. Die Geschenke von Zuwendung, Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Liebe sind die kostbarsten Geschenke, die man sich vorstellen kann und sie kosten nichts. Wenn man jemandem begegnet, kann man ihn oder sie still segnen und ihnen Glück Freude und Humor wünschen. Solche stillen Geschenke sind sehr wirksam. Als Kind brachte man mir bei und ich habe es an meine Kinder weitergegeben, dass man niemals das Haus das Haus anderen Menschen betritt, ohne etwas mitzubringen. Man besucht nie jemanden, ohne ein Geschenk anzubieten. Man könnte darauf entgegnen, wie kann ich anderen geben, wenn ich momentan nicht genug für mich selbst habe. Doch man kann eine Blume mitbringen, eine einzelne Blume. Man kann auch eine Karte oder einen Brief mitbringen, in dem etwas über die Gefühle steht, die man für die besuchte Person empfindet. Man kann ein Kompliment machen, man kann ein Gebet schenken. Fassen Sie den Entschluss, immer zu geben, wenn Sie irgendwo hingehen oder wenn Sie jemanden besuchen. Solange man gibt, wird man auch empfangen. Je mehr man gibt, umso stärkeres Vertrauen wird man in die wundersame Wirkung dieses Gesetzes entwickeln. Und wenn man selbst mehr empfängt, wächst die Fähigkeit zu schenken. Ich bringe das Gesetz des Gebens zur Anwendung, indem ich mir vornehme, die folgenden Schritte zu unternehmen. Gleich wohin ich gehe und wem ich begegne, ich werde ein Geschenk mitbringen. Dieses Geschenk könnte ein Kompliment sein, eine Blume oder ein Gebet. Heute werde ich jedem etwas schenken, dem ich begegne. Und so beginne ich den Kreislauf aus Freude, Wohlstand und Überfluss in meinem Leben und dem Leben anderer. Ich werde heute dankbar aller Geschenke empfangen, die das Leben mir bietet. Ich werde die Geschenke der Natur annehmen, Sonne und den Vogelsang, den Frühlingsregen oder den ersten Schnee des Winters. Ich werde auch offen für Geschenke von anderen sein, ob es sich dabei um materielle Gaben handelt, um Geld, ein Kompliment oder ein Gebet. Ich werde mich verpflichten, den Kreislauf der Fülle in meinem Leben aufrecht zu erhalten, indem ich die kostbarsten Geschenke des Lebens weitergebe und empfange, die Gaben der Zuwendung, der Zuneigung, der Wertschätzung und der Liebe. Jedes Mal, wenn mir jemand begegnet, werde ich ihm in der Stille Glück, Freude und Lebenslust wünschen. Das dritte geistige Gesetz des Erfolgs ist das Gesetz des Karmas. Karma bedeutet hier sowohl Handlung wie auch die Folgen dieser Handlungen. Es ist Ursache und Wirkung zugleich, denn jede Handlung erzeugt einen Energieimpuls, der uns Gleiches wiedergibt. Das Gesetz des Karmas ist uns nicht unbekannt. Jeder kennt das Sprichwort Wir ernten, was wir säen. Offensichtlich müssen wir lernen, wie man die Samen des Glücks ausstreut, wenn wir in unserem Leben Glück genießen wollen. Daher bedeutet Karma die Handlung, bewusst eine Entscheidung zu treffen. Jeder Mensch ist grundsätzlich in der Lage, unbegrenzt Entscheidungen zu treffen. In jedem Moment unserer Existenz stehen wir in jedem Feld aller Möglichkeiten und haben Zugang zu einer unendlichen Zahl von Entscheidungen. Einige dieser Entscheidungen werden bewusst getroffen, andere eher unbewusst. Doch man versteht und nutzt das karmische Gesetz am besten, indem man sich der Entscheidungen bewusst wird, die man in jedem Augenblick trifft. Ob einem das nun gefällt oder nicht, alles, was in diesem Augenblick geschieht, ist die Folge von Entscheidungen, die man irgendwann vorher im Leben getroffen hat. Leider treffen viele Menschen diese Entschlüsse unbewusst. Und daher hält man sie nicht für Entscheidungen. Doch genau das sind sie. Wenn ich sie beleidigte, würden sie sich höchstwahrscheinlich entscheiden, sich beleidigt zu fühlen. Wenn ich ihnen ein Kompliment machte, würden sie sich höchstwahrscheinlich entscheiden, sich zu freuen oder sich geschmeichelt zu fühlen. Gleich wie, es handelt sich stets um eine Entscheidung. Aber ich könnte sie beleidigen und ärgern und sie könnten sich entscheiden, sich nicht beleidigt zu fühlen. Ich könnte ihnen ein Kompliment machen und sie treffen die Entscheidung, sich davor nicht umschmeicheln zu lassen. Mit anderen Worten, die meisten Menschen, zwar alle zu unendlich vielen Entscheidungen fähig, sind zu wahren Bündeln konditionierte Reflexe geworden, die ständig von anderen Menschen und Umständen ausgelöst werden und ihr Verhalten vorhersehbar machen. Diese konditionierten Reflexe sind wie die der pavlovschen Hunde, die jedes Mal zu sabbern begannen, wenn eine Glocke ertönte, weil man sie vorab bei diesem Geräusch stets gefüttert hatte. Die meisten Menschen haben als Folge einer solchen Konditionierung wiederholte und vorhersehbare Reaktionen auf Umweltreize. Unsere Reaktionen scheinen automatisch durch Menschen und Umstände ausgelöst zu werden und wir vergessen, dass es sich immer noch in jedem Augenblick unserer Existenz um Entscheidungen handelt. Nur treffen wir diese Entscheidungen oft unbewusst. Wenn man sich einen Moment Zeit nimmt und die Entscheidungen betrachtet, die man in solchen Fällen trifft, dann hebt man mit dieser Einstellung allein schon den gesamten Prozess aus dem Bereich des Unbewussten heraus und verlagert ihn ins Bewusstsein. Dieser Prozess der bewussten Entscheidungen und des darüber Nachdenkens gibt einem sehr viel Kraft. Wenn man irgendeine beliebige Entscheidung trifft, kann man sich zwei Dinge fragen. Erstens, wie sehen die Folgen diese Entscheidung aus, die ich getroffen habe? Tief drinnen weiß man darauf sofort die Antwort. Zweitens, wird diese Entscheidung mir und anderen Menschen in meiner Umgebung Glück bringen? Wenn die Antwort darauf Ja lautet, sollte man die getroffene Entscheidung auch durchführen. Wenn die Antwort Nein lautet, wenn diese Entscheidung entweder Ihnen oder den Menschen in ihrer Umgebung Ärger bringt, dann sollte man diese Entscheidung nicht treffen. So einfach ist es. Es gibt immer nur eine Entscheidung in der Fülle, der in jeder Sekunde zur Verfügung stehenden Auswahl, die für Sie wie auch für die Menschen in ihrer Umgebung Glück bringt. Und wenn man stets diese eine Entscheidung trifft, wird sich daraus ein Verhalten entwickeln, das man spontanes, richtiges Handeln nennt. Es ist die richtige Reaktion auf jede Situation. Es ist die Aktion, die Sie und alle anderen erfüllt, die von dieser Handlung beeinflusst werden. Für einige Menschen spielen sich die Empfindungen von Wohlbehagen und Unbehagen im Bereich des Solarplexus ab, bei den meisten aber in der Herzgegend. Man sollte bewusst seine Aufmerksamkeit auf das Herz richten das Fragen, was man tun soll. Dann wartet man auf eine Reaktion, eine körperliche Reaktion in Form einer Empfindung. Vielleicht ist es nur eine sehr schwache Empfindung, aber sie ist da, im eigenen Körper. Nur das Herz kennt die richtige Antwort. Viele Menschen halten das Herz für ein verschwommenes, sentimentales Organ, aber das ist es nicht. Das Herz ist intuitiv, es ist ganzheitlich, das Herz sieht alles im Kontext, es zieht Beziehungen in Betracht, es kennt keine Rivalität. Das Herz ist mit dem kosmischen Computer verbunden, dem Feld des reinen Potenzials, des reinen Wissens und von unbegrenzter Wirkungskraft. Manchmal scheint das Herz nicht sehr vernünftig, aber es hat eine Verarbeitungskapazität, die viel genauer und besser angepasst ist, als alles im Bereich des rationalen Denkens. Man kann das Gesetz des Karmas anwenden, um Geld und Wohlstand zu schaffen, und aller guten Dinge im Leben, die man sich wünscht. Doch zuerst muss man sich der Tatsache bewusst werden, dass die Zukunft von den Entscheidungen beeinflusst wird, die man in jedem Augenblick des Lebens trifft. Wenn man das regelmäßig beachtet, nutzt man das Gesetz des Karmas voll aus. Je mehr man seine Entscheidungen auf die Ebene der bewussten Wahrnehmung bringt, umso eher wird man solche Entscheidungen treffen, die spontan richtig sind, für sie selbst, wie auch für die Menschen in ihrer Umgebung. Wie steht es nun mit vergangenem Karma? Und wie beeinflusst dieses das Heute? Man kann drei Dinge hinsichtlich des früheren Karmas unternehmen. Das erste ist, karmische Schulden zu bezahlen. Die meisten Menschen entscheiden sich hierzu, aber natürlich unbewusst. Auch sie treffen vielleicht diese Entscheidung. Manchmal ist die Begleichung alter Schulden mit viel Leid verbunden, aber das Gesetz des Karmas besagt, dass keine Schuld im Universum unbeglichen bleibt. In diesem Universum herrscht ein perfektes Buchhaltungssystem und alles ist ein ständiges Hin und Her, ein Austausch von Energie. Als zweites kann man das Karma zu einer wünschenswerteren Erfahrung umgestalten oder verwandeln. Das ist ein sehr interessanter Prozess, bei dem man sich fragt, wenn man seine karmische Schuld begleicht, was kann ich aus dieser Erfahrung lernen? Warum passiert dies und welche Botschaft gibt mir das Universum? Wie kann ich diese Erfahrung für meine Mitmenschen nutzbar machen? Dabei sucht man das Samenkorn der Möglichkeiten und verbindet dieses Samenkorn mit dem Dharma, dem Sinn des Lebens, über den wir im siebten spirituellen Gesetz des Erfolgs sprechen werden. Dies ermöglicht einem, das Karma in eine neue Erfahrung umzuwandeln. Solange das Karma für das Selbst und alle vom Selbst Betroffenen evolutionär ist, sind die Früchte des Karmas Glück und Erfolg. Ich bringe das Gesetz vom Karma zur Anwendung, indem ich mich verpflichte, die folgenden Schritte zu unternehmen. Ich werde heute die Entscheidungen beobachten, die ich in jedem Augenblick fälle. Und mit der bloßen Beobachtung bringe ich sie in meine bewusste Wahrnehmung. Ich weiß, dass der beste Weg, mich auf jeden Moment der Zukunft vorzubereiten, darin besteht, voll bewusst in der Gegenwart zu leben. Immer wenn ich eine Entscheidung treffe, stelle ich mir zwei Fragen. Wie sehen die Folgen dieser Entscheidung aus, die ich gerade treffe? Und bringt diese Entscheidung für mich und jene, die davon betroffen sind, Erfüllung und Glück? Dann frage ich mein Herz um Rat und lasse mich von seinen Zeichen für Wohlbehagen oder Unbehagen leiten. Wenn die Entscheidung sich gut anfühlt, werde ich sie bedingungslos treffen. Wenn die Entscheidung sich unangenehm anfühlt, werde ich innehalten und die Folgen meiner Handlung vor dem inneren Auge durchgehen. Diese Anleitung befähigt mich, spontan richtige Entscheidung für mich und alle anderen in meiner Umgebung zu treffen. Das vierte geistige Gesetz des Erfolgs ist das Gesetz des geringsten Aufwandes. Dieses Gesetz beruht auf der Tatsache, dass die Intelligenz der Natur mühelos, mit Leichtigkeit und absoluter Sorglosigkeit funktioniert. Es handelt sich um das Prinzip des geringsten Aufwandes und des geringsten Widerstandes und von daher um das Prinzip der Harmonie und der Liebe. Wenn wir diese Einstellung von der Natur übernehmen, können wir alle unsere Wünsche leicht erfüllen. Wenn man die Natur genau beobachtet, erkennt man, dass nur der geringste Aufwand getrieben wird. Gras strengt sich nicht an, um zu wachsen. Es wächst einfach. Fische geben sich keine besondere Mühe zu schwimmen. Sie schwimmen einfach. Blumen versuchen nicht zu blühen. Sie blühen. Vögel geben sich keine sonderliche Mühe zu fliegen. Sie fliegen. Es liegt in ihrer Natur. Die Erde strengt sich auch nicht sehr an, um sich um die eigene Achse zu drehen. Der vedischen Philosophie zufolge, jener uralten Weisheit Indiens ist dieses Prinzip als Prinzip der Ökonomie oder der Mühe bekannt. Tu weniger und erreiche mehr. Letztlich gelangt man in einen Zustand, in dem man nichts tut und alles erreicht. Das bedeutet, es besteht zunächst nur eine sehr verschwommene Idee und die Manifestation dieser Idee ergibt sich mühelos. Was man allgemein als Wunder bezeichnet, ist in Wirklichkeit Ausdruck des Gesetzes vom geringsten Aufwand. Man wendet geringsten Aufwand an, wenn alle Handlungen durch Liebe angeregt werden. Denn die Natur wird durch die Energie der Liebe zusammengehalten. Wenn man versucht, Macht und Kontrolle über andere Menschen zu erringen, verschwendet man Energie. Wenn man Geld und Macht anstrebt, um sein Ego zu stützen, verschwendet man Energie bei der Jagd nach einer Illusion von Glück, statt des Glück des Augenblicks zu genießen. Wenn man Geld nur für den persönlichen Vorteil will, blockiert man den Energiefluss zu sich selbst und greift in den Ablauf der natürlichen Intelligenz ein. Aber wenn alle Handlungen durch Liebe motiviert werden, wird keine Energie verschwendet. Man kann sich den physischen Körper als ein Werkzeug vorstellen, mit dem man Energie kontrolliert. Er kann Energie erzeugen, lagern und verbrauchen. Wenn man weiß, wie man Energie wirksam erzeugt, lagert und verbraucht, kann man Wohlstand schaffen, wie man will. Bei der Konzentration auf das Ego verschwendet man die größte Energiemenge. Wenn der innere Bezugspunkt das Ego ist, wenn man Macht und Kontrolle über andere Menschen anstrebt oder Anerkennung von anderen sucht, verschwendet man Energie. Wenn diese Energie freigesetzt ist, kann sie neu gerichtet und genutzt werden, um alles zu erzeugen, was man will. Wenn der innere Bezugspunkt ihr Geist ist, wenn man gegenüber Kritik immun ist und vor keiner Herausforderung zurückscheut, erfährt man die Macht der Liebe und kann Energie kreativ nutzen, um Wohlstand und Entwicklung zu erleben. Das Gesetz des geringsten Aufwandes hat drei Komponenten. Drei Dinge, die man tun kann, um dieses Prinzip des weniger tun und mehr erreichen in die Tat umzusetzen. Die erste Komponente ist das Akzeptieren. Akzeptieren bedeutet einfach, dass man verspricht, heute werde ich Menschen, Situationen, Umstände und Ereignisse genauso akzeptieren, wie sie geschehen. Das bedeutet, ich weiß, dass dieser Augenblick genau so ist, wie er sein sollte. Denn das gesamte Universum ist genau so, wie es sein muss. Dieser Augenblick, derjenige, den man gerade erlebt, ist der Höhepunkt aller Augenblicke, die man zuvor erlebt hat. Dieser Augenblick ist, wie er ist, weil das gesamte Universum so ist, wie es ist. Wenn man sich gegen diesen Augenblick wehrt, wehrt man sich in Wirklichkeit gegen das gesamte Universum. Stattdessen kann man die Entscheidung treffen, dass man sich heute nicht gegen das gesamte Universum wehrt, indem man sich gegen diesen Moment sperrt. Das bedeutet, man akzeptiert diesen Augenblick als vollständig und umfassend. Man akzeptiert die Dinge, wie sie sind und nicht, wie man sie sich in diesem Moment wünscht. Es ist sehr wichtig, dies zu begreifen. Man kann sich wünschen, dass die Dinge in der Zukunft anders laufen. Aber in diesem gegebenen Augenblick muss man die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Wenn man sich durch einen Menschen oder eine Situation frustriert und geärgert fühlt, sollte man daran denken, dass man nicht auf diese Person oder Situation reagiert, sondern auf die eigenen Gefühle hinsichtlich dieser Person oder Situation. Es sind ihre Gefühle und für ihre Gefühle können sie niemanden anders zur Rechenschaft ziehen. Wenn man das voll erkennt und versteht, ist man bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was man fühlt. Das führt uns zur zweiten Komponente des Gesetzes vom geringsten Aufwand. Verantwortung. Was bedeutet Verantwortung? Verantwortung bedeutet, nicht alles und jedem die Schuld zu geben für die eigene Situation. Auch nicht sich selbst. Wenn man diesen Umstand akzeptiert, dann bedeutet Verantwortung, die Fähigkeit, kreativ auf eine gegebene Situation zu reagieren. Alle Probleme enthalten ein Samenkorn von Möglichkeiten. Und das Wissen darum ermöglicht es einem, den Augenblick in eine bessere Situation zu transformieren. Wenn man das tut, wird jede ärgerliche Situation zu einer Gelegenheit, etwas Neues und Schönes zu schaffen. Und jeder angebliche Quälgeist oder Tyrann wird zum Lehrer. Die Wirklichkeit ist eine Sache der Interpretation. Und wenn man sich entscheidet, die Realität auf diese Weise zu deuten, dann ist man von vielen Lehrern umgeben und erlebt viele Gelegenheiten, sich zu entwickeln. Wann immer man vor einem Tyrannen, Quälgeist, Lehrer, Freund oder Feind, was alles ein und dasselbe ist, steht, sollte man daran denken, dieser Augenblick ist so, wie er sein sollte. Gleich, welche Beziehungen man im Leben eingegangen ist. In diesem Moment sind es genau diejenigen, die man braucht. Hinter allen Ereignissen steht eine verborgene Bedeutung. Die dritte Komponente des Gesetzes vom geringsten Aufwand ist Widerstandslosigkeit. Das bedeutet, dass ihr Bewusstsein verwurzelt ist in Wehrlosigkeit und sie das Bedürfnis aufgegeben haben, andere von ihrem eigenen Standpunkt zu überzeugen oder zu überreden. Wenn man seine Mitmenschen beobachtet, erkennt man, dass sie 99% der Zeit damit zubringen, ihren Standpunkt zu verteidigen. Wenn man einfach das Bedürfnis aufgibt, seinen eigenen Standpunkt zu verteidigen, gewinnt man Zugang zu ungeahnten Energiemengen, die zuvor verschwendet wurden. Wenn man defensiv wird, stets anderen die Schuld zuschiebt und nicht den jeweiligen Augenblick akzeptiert und sich ihm hingibt, stößt man im Leben auf Widerstände. Jedes Mal, wenn man auf Widerstand stößt, sollte man sich in Erinnerung rufen, dass dieser Widerstand nur zunimmt, wenn man eine Situation erzwingen will. Man sollte es völlig aufgeben, seinen Standpunkt zu verteidigen. Ohne einen Standpunkt lässt man das Entstehen eines Streits gar nicht erst zu. Wenn man diese Haltung fortwährend einnimmt, wenn man nicht mehr kämpft und sich wehrt, erlebt man die Gegenwart voller und das ist ein Geschenk. Jemand hat einmal gesagt, die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Geheimnis und dieser Augenblick ist ein Geschenk. Daher nennen wir den jeweiligen Augenblick der Gegenwart auch Präsenz, wie ein Präsent, ein Geschenk. Man verspricht sich selbst, den Weg der Widerstandslosigkeit zu gehen. Es ist der Weg, durch den sich die Intelligenz der Natur spontan entfaltet, ohne Reibungen oder Mühen. Wenn man die kostbare Kombination von Akzeptieren, Verantwortung und Widerstandslosigkeit erreicht, erlebt man, wie das Leben mühelos und leicht fließt. Wenn man für alle Standpunkte offen bleibt und sich niemals starr an nur einen klammert, werden die Träume und Wünsche im Einklang mit den Wünschen der Natur fließen. Dann kann man seine Absichten ohne Bindung freisetzen und einfach auf den angemessenen Zeitpunkt warten, an dem alle Wünsche zur Realität aufblühen. Man kann sicher sein, dass sie sich manifestieren, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Das ist das Gesetz des geringsten Aufwandes. Ich werde das Gesetz des geringsten Aufwandes zur Anwendung bringen, indem ich mir vornehme, die folgenden Schritte zu unternehmen. Ich werde mich in Akzeptanz üben. Ich werde heute alle Menschen, Situationen, Umstände und Ereignisse so hinnehmen, wie sie geschehen. Ich weiß, dass dieser Augenblick genau so ist, wie er sein sollte. Denn das gesamte Universum ist so, wie es sein soll. Ich werde mich nicht gegen das gesamte Universum sperren, indem ich mich gegen diesen Augenblick sperre. Mein Akzeptieren ist vollständig und umfassend. Ich akzeptiere die Dinge, wie sie in diesem Augenblick sind und nicht, wie ich sie mir wünsche. Wenn ich die Dinge so akzeptiert habe, wie sie sind, werde ich Verantwortung für meine Situation übernehmen und für alle diejenigen Ereignisse, die ich als Probleme betrachte. Ich weiß, dass die Übernahme von Verantwortung nicht bedeutet, anderen Menschen oder Ereignissen die Schuld für meine Situation zu geben, auch nicht mir selbst. Ich weiß auch, dass jedes Problem eine versteckte Gelegenheit ist und die Wachsamkeit gegenüber solchen Gelegenheiten ermöglicht es mir, diesen Augenblick zu größerem Vorteil umzuwandeln. Mein Bewusstsein wird heute in Widerstandslosigkeit verwurzelt sein. Ich werde das Bedürfnis aufgeben, meinen Standpunkt zu verteidigen. Ich werde kein Bedürfnis spüren, andere zu überzeugen oder zu überreden, meinen Standpunkt anzunehmen. Ich bleibe gegenüber allen Standpunkten offen und klammere mich nicht starr an einen Einzelnen. Das fünfte geistige Gesetz des Erfolgs ist das Gesetz von Absicht und Wunsch. Dieses Gesetz beruht auf der Tatsache, dass Energie und Information überall in der Natur existieren. Im Grunde genommen ist auf dem Niveau des Quantenfeldes nur Energie und Information. Das Quantenfeld ist bloß eine andere Bezeichnung für das Feld des reinen Bewusstseins oder reinen Potenzials. Und dieses Quantenfeld wird durch Absichten und Wünsche beeinflusst. Betrachten wir diesen Prozess einmal genauer. Im großen Plan der Natur sind Sie und ich privilegierte Exemplare. Wir haben ein Nervensystem, das fähig ist, sich des Energie- und Informationsgehaltes jenes lokalisierten Feldes bewusst zu werden, das unseren Körper entstehen lässt. Wir erleben dieses Feld subjektiv als unsere Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Wünsche, Erinnerungen, Instinkte, Triebe und Absichten. Dieses gleiche Feld wird objektiv als physischer Körper erlebt. Und durch den physischen Körper erleben wir dieses Feld als die Welt. Der menschliche Körper ist nicht vom Körper des Universums abgelöst, denn auf der Quantenmechanikebene gibt es keine fest umrissenen Grenzen. Man ist eher wie ein Kräuseln, eine Welle, etwas Fluktuierendes, ein Wirbel, ein Strudel, eine örtliche Störung im größeren Quantenumfeld. Das größere Quantenfeld, das Universum, ist nur eine Ausweitung unseres Körpers. Das menschliche Nervensystem ist in der Lage, sich der Informationen und Energie seines eigenen Quantenfeldes bewusst zu werden. Und weil das menschliche Bewusstsein aufgrund dieses wunderbaren Nervensystems über unendliche Flexibilität verfügt, ist man auch fähig, bewusst den Informationsinhalt zu ändern, der unseren Körper entstehen lässt. Wir können bewusst den Energie- und Informationsgehalt des eigenen quantenmechanischen Körpers ändern. Und damit können wir auch den Energie- und Informationsgehalt des erweiterten Körpers verändern, die Umwelt und die Welt, und bewirken, dass sich die Dinge dort manifestieren. Diese bewusste Veränderung wird durch zwei Eigenschaften erzeugt, die im Bewusstsein angelegt sind. Aufmerksamkeit und Absicht. Aufmerksamkeit lädt mit Energie auf und Absicht transformiert. Immer wenn man seine Aufmerksamkeit auf etwas richtet, nimmt es größeren Raum im Leben ein. Wendet man seine Aufmerksamkeit davon ab, welkt es, löst sich auf und verschwindet. Absicht hingegen löst die Transformation von Energie und Information aus. Absicht erzeugt ihre eigene Erfüllung. Absicht hat hinsichtlich des Objekts von Aufmerksamkeit die Eigenschaft, eine unendliche Zahl von Raum-Zeit-Ereignissen aufeinander abzustimmen und somit den Beabsichtigten Ausgang zu erzeugen, vorausgesetzt, man folgt auch den anderen spirituellen Gesetzen des Erfolgs. Das liegt daran, dass Absicht, wenn sie auf den fruchtbaren Boden der Aufmerksamkeit fällt, grenzenlos wirksame Kräfte entwickelt. Absicht ist die wahre Kraft hinter einem Wunsch. Absicht allein ist sehr stark, weil Absicht einen Wunsch ohne Bindung an den Ausgang darstellt. Wünsche allein sind schwach, denn Wünsche sind bei den meisten Menschen bloß Aufmerksamkeit, verknüpft mit Bindung an das Resultat. Absicht ist ein Wunsch in strikter Befolgung aller anderen Gesetze, aber besonders des Gesetzes des Loslassens, des sechstengeistigen Gesetzes des Erfolgs. Absicht in Kombination mit Loslassen führt zum unmittelbaren Bewusstsein des gegenwärtigen Augenblicks. Und wenn eine Handlung im Bewusstsein des gegenwärtigen Augenblicks begangen wird, ist sie am wirksamsten. Die Absicht zielt auf die Zukunft, aber die Aufmerksamkeit herrscht in der Gegenwart. Solange die Aufmerksamkeit in der Gegenwart verbleibt, wird sich die Absicht in der Zukunft manifestieren, denn die Zukunft wird in der Gegenwart geschaffen. Man muss die Gegenwart so akzeptieren, wie sie ist. Akzeptiere die Gegenwart und beeinflusse die Zukunft. Die Zukunft ist etwas, das man durch Absicht erschaffen kann, aber man sollte sich niemals gegen die Gegenwart sperren. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind Eigenschaften des Bewusstseins. Die Vergangenheit ist die Erinnerung, das Gedächtnis. Die Zukunft ist Erwartung. Die Gegenwart ist Bewusstsein. Daher ist Zeit die Bewegung der Gedanken. Vergangenheit wie Zukunft werden in der Vorstellung geboren. Nur die Gegenwart, das Bewusstsein, ist wirklich und ewig. Es ist. Es ist das Potenzial für Raumzeit, Materie und Energie. Es ist ein ewiges Feld der Möglichkeiten, die sich selbst als abstrakte Kräfte erleben, ob es sich nun um Licht, Wärme, Elektrizität, Magnetismus oder Schwerkraft handelt. Diese Kräfte leben weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Sie sind einfach. Wenn man unmittelbares Bewusstsein vom gegenwärtigen Augenblick hat, dann lösen sich die imaginären Hindernisse, die mehr als 90% der wahrgenommenen Hindernisse ausmachen, auf und verschwinden. Die verbleibenden 5-10% wahrgenommener Hindernisse können durch gezielte Absicht in Gelegenheiten umgewandelt werden. Gezielte Absicht ist diejenige Art von Aufmerksamkeit, die in ihrem Ziel und Zweck starr bleibt. Gezielte Absicht bedeutet, die Aufmerksamkeit mit so unbeugsamer Zielstrebigkeit auf den beabsichtigten Ausgang zu richten, dass man sich absolut weigert, seine Konzentration von Hindernissen stören und auflösen zu lassen. Alle Hindernisse werden vollständig und absolut aus dem Bewusstsein verdrängt. Man ist zu unerschütterlicher Gelassenheit fähig, bleibt aber gleichzeitig mit intensiver Leidenschaft auf das Ziel gerichtet. Es handelt sich hier gleichzeitig um die Kraft des bewussten Loslassens und der zielgerichteten, konzentrierten Absicht. Wenn man lernt, die Kraft der Absicht nutzbar zu machen, kann man alles, was man begehrt, erschaffen. Mit Mühe und Anstrengung gewinnt man ebenfalls Resultate, aber zu einem hohen Preis. Dieser Preis heißt Stress, Herzinfarkt und ein angegriffenes Immunsystem. Ich bringe das Gesetz von Absicht und Wünschen zur Anwendung, indem ich mir vornehme, die folgenden Schritte zu unternehmen. Ich werde eine Liste all meiner Wünsche aufstellen. Diese Liste trage ich immer bei mir. Ich betrachte die Liste, ehe ich mich in die Stille oder Meditation begebe. Ich betrachte sie, ehe ich mich abends schlafen lege. Ich betrachte sie, wenn ich morgens aufwache. Ich setze diese Liste meiner Wünsche frei und überantworte sie dem Schoß der Schöpfung in der Überzeugung, dass es einen Grund dafür gibt, wenn die Dinge nicht nach meinem Wunsch verlaufen und der kosmische Plan viel Größeres für mich plant, als ich mir vorstellen konnte. Ich rufe mir stets in Erinnerung, dass ich mir in all meinen Handlungen des gegenwärtigen Augenblicks voll bewusst bin. Ich weigere mich zuzulassen, dass Hindernisse meine Aufmerksamkeit hinsichtlich des gegenwärtigen Augenblicks in Anspruch nehmen und sie auflösen. Ich werde die Gegenwart genauso akzeptieren, wie sie ist und die Zukunft durch meine tiefsten, ersehnten Absichten und Wünsche prägen. Das sechste geistige Gesetz des Erfolgs ist das Gesetz des Loslassens. Dieses Gesetz des Loslassens besagt, dass, um im physischen Universum etwas zu erreichen, man jegliche Bindung daran aufgeben muss. Das bedeutet aber nicht, dass man seine Absicht aufgibt, einen Wunsch zu realisieren. Man gibt weder die Absicht auf, noch den Wunsch. Man gibt aber seine Bindung an das Ergebnis davon auf und nimmt Abstand ein. Das ist sehr wirksam. In dem Augenblick, in dem man seine Bindung an ein Ergebnis fallen lässt und die gezielte Absicht gleichzeitig kombiniert mit Loslassen, erhält man genau das, was man ersehnt hat. Man kann alles, was man will, durch Loslassen erreichen. Denn Loslassen beruht auf dem bedingungslosen Glauben an die Kraft des eigenen, wahren Selbst. Bindung hingegen beruht auf Angst und Unsicherheit. Und das Bedürfnis nach Sicherheit beruht auf der Unkenntnis vom wahren Selbst. Die Quelle von Reichtum, von Überfluss, von allem in der physischen Welt ist das Selbst, das Bewusstsein, das Weiß, wie man alle Bedürfnisse erfüllt. Ob Autos, Häuser, Banknoten, Kleider, Flugzeuge, das alles sind Symbole. Sie kommen und gehen. Sie sind vergänglich. Wenn man Symbolen nachjagt, ist das genauso, als würde man sich mit einer Landkarte abfinden, wenn man das Territorium haben kann. Es ruft Angst hervor. Am Ende fühlt man sich leer und hohl, denn man hat sein Selbst gegen die Symbole eingetauscht. Bindung entstammt einem Armutsbewusstsein, denn man bindet sich an Symbole. Loslassen ist gleichbedeutend mit Wohlstandsbewusstsein, denn durch Loslassen erfolgt die Freiheit zu erschaffen. Nur aus distanziertem Engagement heraus kann man Lachen und Freude erleben. Dann werden die Symbole für Reichtum spontan und mühelos erschaffen. Ohne Loslassen sind wir Gefangene unserer Hilflosigkeit, unserer Hoffnungslosigkeit, der weltlichen Bedürfnisse von Trivialgedanken, stummer Verzweiflung und Schwermütigkeit, den deutlichen Anzeichen für eine mittelmäßige Allerweltsexistenz und ein Armutsbewusstsein. Wahres Wohlstandsbewusstsein ist gleichbedeutend mit der Fähigkeit, jederzeit und mühelos alles zu haben, was man will. Um in einer solchen Erfahrung verwurzelt zu sein, muss man in Unsicherheit verankert sein. In dieser Unsicherheit findet man die Freiheit, alles zu erschaffen, was man will. Der Mensch sucht ständig Sicherheit, aber er stellt vermutlich schnell fest, dass diese Sicherheit tatsächlich eine sehr flüchtige Sache ist. Gerade Bindung an Geld ist ein Zeichen von Unsicherheit. Man könnte sagen, wenn ich x Millionen Dollar besitze, fühle ich mich sicherer. Dann bin ich finanziell unabhängig und brauche nicht mehr zu arbeiten. Ich werde dann alle Dinge tun, die ich immer schon tun wollte. Aber das geschieht nie. Niemals. Diejenigen, die Sicherheit nachjagen, tun dies ihr Leben lang, ohne sie jemals zu finden. Sie bleibt so flüchtig und ungreifbar, weil Sicherheit niemals auf Geld allein beruhen kann. Die Suche nach Sicherheit ist eine Illusion. Den alten Traditionen nach liegt die Lösung dieses Dilemmas in der Weisheit der Unsicherheit und der Ungewissheit. Das bedeutet, dass die Suche nach Sicherheit und Gewissheit tatsächlich eine Bindung an das Bekannte ist. Und was ist das Bekannte? Das Bekannte ist unsere Vergangenheit. Das Bekannte ist nichts weiter als das Gefängnis der vorangegangenen Konditionierung. Darin liegt keine Evolution. Und wenn keine Evolution möglich ist, herrschen Stagnation, Entropie, Unordnung und Verfall. Unsicherheit hingegen ist der fruchtbare Boden reiner Schöpfungskraft und Freiheit. Unsicherheit bedeutet, in jedem Augenblick unserer Existenz ins Unbekannte vorzutreten. Das Unbekannte ist das Feld aller Möglichkeiten. stets frisch, allzeit neu, immer offen für die Schöpfung neuer Manifestationen. Ohne Unsicherheit und Unbekanntes ist das Leben bloß die schale Wiederholung abgetragener Erinnerungen. Man wird zum Opfer der Vergangenheit und man wird heute von dem eigenen früheren Ich gequält. Wenn man seine Bindung ans Bekannte aufgibt und sich ins Unbekannte begibt, dann betritt man das Feld aller Möglichkeiten. In dieser Bereitschaft, ins Unbekannte einzutreten, gewinnt man die Weisheit der Unsicherheit. Das bedeutet, dass man in jedem Augenblick des Lebens Aufregung, Abenteuer und Geheimnis erlebt. Man erfährt die volle Lebensfreude, den Zauber, die Feier, die Heiterkeit und den Jubel der eigenen Seele. Das Gesetz des Loslassens beschleunigt den gesamten Prozess der Evolution. Wenn man dieses Gesetz begreift, fühlt man sich nicht mehr getrieben, Lösungen zu erzwingen. Denn mit diesen erzwungenen Lösungen schafft man nur neue Probleme. Richtet man jedoch seine Aufmerksamkeit auf die Ungewissheit, während man darauf wartet, dass eine Lösung aus dem Chaos und der Verwirrung auftaucht, dann erfolgt gewiss etwas sehr Fantastisches und Aufregendes. Was daraus erfolgt, wird oftmals als ein glücklicher Zufall bezeichnet. Glück aber ist nichts weiter, als das Zusammentreffen einer Gelegenheit mit der Bereitschaft, sie zu ergreifen. Wenn diese beiden mit einem wachsamen Beobachten von Chaos vermischt werden, tauchen Lösungen auf, die für den Menschen von evolutionärem Vorteil sind. Das ist das perfekte Rezept für Erfolg und beruht auf dem Gesetz des Abstandes. Ich bringe das Gesetz des Abstandes zur Anwendung, indem ich mir vornehme, die folgenden Schritte zu unternehmen. Ich werde mir heute vornehmen, loszulassen. Ich werde mir selbst und denjenigen in meiner Umgebung die Freiheit zugestehen, so zu sein, wie sie sind. Ich werde nicht versuchen, starr meine Vorstellungen durchzusetzen. Ich werde keine Lösungen für Probleme erzwingen und damit nur neue Probleme schaffen. Ich werde mich an allem mit distanziertem Engagement beteiligen. Ich werde heute Unsicherheit als ein Grundelement meiner Erfahrung akzeptieren. In meiner Bereitschaft, Unsicherheit anzunehmen, werden spontan Lösungen zu Problemen auftauchen. Je unsicherer mir alles erscheint, umso sicherer werde ich mich fühlen, denn Unsicherheit ist mein Weg zur Freiheit. Durch die Weisheit der Unsicherheit werde ich meine Sicherheit finden. Ich werde das Feld aller Möglichkeiten betreten und mir die Aufregung vorstellen, wenn ich für eine unendliche Auswahl offen bleibe. Wenn ich das Feld aller Möglichkeiten betrete, werde ich in Fülle Abenteuer, Freude, Zauber und Geheimnisse des Lebens erfahren. Das siebte geistige Gesetz des Erfolgs ist das Gesetz vom Dharma. Dharma ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet Lebenszweck oder Sinn. Das Gesetz des Dharmas besagt, dass wir eine körperliche Gestalt angenommen haben, um einen Sinn zu erfüllen. Das Feld des reinen Potenzials ist seiner Natur nach göttlich und das göttliche nimmt menschliche Gestalt an, um einen Zweck zu erfüllen. Diesem Gesetz zufolge hat man ein einzigartiges Talent und eine einzigartige Art, dies auszudrücken. Es gibt etwas, das man besser kann als alle anderen Menschen in der ganzen Welt. Und nach jedem einzigartigen Talent und jedem einzigartigen Ausdruck dieses Talents gibt es auch eine einzigartige Nachfrage. Wenn diese Nachfrage mit dem kreativen Ausdruck des Talents abgestimmt wird, entsteht ein Funke, der Wohlstand erzeugt. Wenn man seine Talente ausdrückt und damit Bedürfnisse stillt, erzeugt man unbegrenzten Reichtum und Überfluss. Jeder ist auf dieser Erde, um das höhere oder spirituelle Selbst in sich zu entdecken. Das ist die erste Erfüllung des Gesetzes des Dharmas. Wir müssen für uns allein herausfinden, dass in uns ein Gott oder eine Göttin steckt, die geboren werden wollen, damit wir unsere Göttlichkeit ausdrücken können. Die zweite Komponente des Gesetzes des Dharmas ist, dass wir unsere einzigartigen Talente ausdrücken. Das Gesetz des Dharmas besagt, dass jeder Mensch über eine einzigartige Begabung verfügt. Jeder hat ein Talent, das auch in seiner Ausdrucksform so einzigartig ist, dass kein anderer Mensch auf diesem Planeten das gleiche Talent hat oder es auf diese Weise ausdrückt. Das bedeutet, dass man irgendetwas kann und auch ausdrückt, das besser ist als alles, was andere Menschen auf diesem Planeten vermögen und ausdrücken können. Wenn man diese eine Begabung erfüllt, verliert man sich in der Zeit. Wenn man das Talent zum Ausdruck bringt, das man hat, in vielen Fällen handelt es sich sogar um mehrere Talente, dann versetzt einen der Ausdruck dieses Talents in ein zeitloses Bewusstsein. Die dritte Komponente des Gesetzes des Dharmas ist der Dienst an der Menschheit, indem man seinen Mitmenschen dient und sich die Fragen stellt, wie kann ich dienen, wie kann ich all jenen helfen, mit denen ich in Berührung gerate. Wenn man die Fähigkeit, sein einzigartiges Talent auszudrücken, mit dem Dienst an der Menschheit verbindet, wendet man das Gesetz des Dharmas vollständig an. Und verbunden mit der Erfahrung der eigenen Spiritualität, dem Feld des reinen Potenzials, ist es unmöglich, keinen Zugang zu grenzenloser Fülle zu haben, weil das der richtige Weg zu uneingeschränktem Überfluss ist. Wenn man seine Göttlichkeit in sich entdeckt, sein einzigartiges Talent herausfindet und mit diesem der Menschheit dient, kann man allen Reichtum erschaffen, den man will. Wenn der kreative Ausdruck der Talente die Bedürfnisse der Mitmenschen erfüllt, wird sich Reichtum spontan aus dem Nichtmanifesten ins Manifeste ergießen, vom Reich des Geistes in die Welt der Formen. Man erfährt sein Leben als einen wundersamen Ausdruck von Göttlichkeit, nicht nur gelegentlich, sondern ständig und man wird wahre Freude und die wahre Bedeutung von Erfolg kennenlernen, die Ekstase und Erhebung des eigenen Geistes. Ich werde das Gesetz des Darmus anwenden, indem ich mir vornehme, die folgenden Schritte zu unternehmen. Ich werde ab heute das Göttliche verehren, das als Keim in mir ruht. Ich werde auf den Geist in mir achten, der meinen Körper und meine Seele belebt. Ich werde wach sein für die tiefe Stille in meinem Herzen. Ich werde das Bewusstsein meines zeitlosen, ewigen Wesens mitten in allen zeitgebundenen Erfahrungen bewahren. Ich werde eine Liste meiner einzigartigen Begabungen aufstellen. Darin führe ich alle Dinge auf, die ich gerne tue und bei denen ich meine einzigartigen Talente ausdrücke. Wenn ich meine einzigartigen Talente ausdrücke und sie im Dienst der Menschheit einsetze, verliere ich mich in der Zeit und erzeuge in meinem Leben, wie im Leben anderer, Wohlstand. Ich werde mich jeden Tag fragen, wie kann ich helfen und wie kann ich dienen? Die Antworten auf diese Fragen ermöglichen mir, meinen Mitmenschen in Liebe zu begegnen und zu dienen.